Ich freue mich auf jeden Fall mega hier als Fan am Start zu sein. Ich habe auch schon mit einigen Athleten gesprochen. Ist eigentlich egal, ob es jetzt Leichtathletik, Kano oder Klettern ist. Ich freue mich auf jeden Fall hier unsere Athleten zu unterstützen und ich glaube, das wird wirklich cool. Ein Motto haben wir uns gegeben, das heißt lebenslange Partnerschaft. Das heißt, selbst wenn Athleten aus dem Kader eben ausscheiden, fangen wir sie sofort im Alumni-Club auf. Deswegen glaube ich, dass von Schulsport, Vereinssport in jungen Jahren angefangen, aber auch für uns, wie wir hier alle sitzen, dass die soziale Bindungsstruktur von Sportvereinen gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Nachhaltigkeit war ja einer unserer wichtigsten Punkte auch in der Bewerbungsphase. Wir haben wir ein Nachhaltigkeitskonzept aufgestellt und Nachhaltigkeit eben in den drei Dimensionen, also von sozial, ökologisch und wirtschaftlich.